Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Hallo, also ich bin Marcel und ich bin Yannick und wir sind von der SG Rotation Prenzlauer Berg und wir tippen den dritten Spieltag in der Bezirksliga Stachel 3. So, fängst du an? Ich bin mit VfB Fortuna Biestorf 2 gegen SV Blaugabe Berlin. Würde ich sagen, ein 1 zu 2 für Blaugabe. Okay, also nächster Spieltag Kickers Hirschgarten, äh, nächstes Spiel gegen Berliner SC Zweite. Ja, da sagen wir mal ein 0 zu 2, also 2-0 Sieg für Berliner SC. Nächstes Spiel SV Buchholz gegen BSV Oranke. Buchholz nicht schlecht in die Saison gestartet. Ein 3-1 für Buchholz. Okay, nächstes Spiel Wacker Langwitz gegen TSV Lichtenberg. Oh, was wirst du sagen? Sagen wir mal ein, ist da ein Unentschieden möglich? Sagen wir mal ein 1-1. Gut, nächstes Spiel Grünauer BC gegen Hohen Neuendorf. Ein 3-0 für Grünauer. Gut, nächstes Spiel machen wir Borsig-Walde gegen Friedrichshain. Dann haben wir mal ein 2-1 für Borsig-Walde. Dann haben wir noch FC Internationale gegen Normandia. Ich würde sagen, ein klares 4-1 für Internationale. Okay, ja gut, letztes Spiel Wartenberg gegen uns, Rotation Prenztauer Berg. Ja, ein eindeutiger Sieg für uns. Ein 4-0, oder? 4-0. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps. Bis zum nächsten Mal.